Dann tauche ich gerade noch mal runter zu diesem Bogen und werde den anderen Bogen auch noch mal scannen, bevor ich hier weitergehe und da hochlaufe wieder. Das ist ja mega geil. Aber zum Transport? Warum sollte das hier unten unter Wasser zum Transport sein und oben da drin? Das macht keinen Sinn. Hm. Den Bogen hier kann ich auch nicht scannen. Das ist interessant, dass ich den Bogen hier nicht scannen kann. Nur den da drin. Nun ja. Wir haben bis jetzt drei Ionen, drei oder vier, drei Drei-Ionen-Würfel, ne, gefunden. Dass immer noch so viele Leute zugucken, das freut mich voll. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. Ich bin total gehypt von diesem Game. Ich bin wirklich total gehypt. Hm. Hier ist noch eine Tafel. Violette Tafel einsammeln. Wahrscheinlich kann ich die Ionen-Würfel genauso mitnehmen wie diese violette Tafel. Was bist du? Weltenvernichter? Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. glücklicherweise hatte es eine Fehlfunktion. Was zum Fick? Okay. Okay. Scans indicate the facility's control room. Light beyond the story. Gut, dass immer genau da, wo ich eine brauche, eine davor liegt von diesen Tafeln. Ist ja wahnsinnig gut gesichert. Aber unten gab es nochmal so ein Feld, was ich bisher noch nicht benutzt habe. Vielleicht hätte ich da diese Tafel reinpacken sollen, statt hier. Aber das ist jetzt zu spät. Okay. Wow. Oh, kann man nicht lesen da. Dieses Gerät enthält die Energiemenge einer 100 Megatonnen Atomexplosion, die durch die Einrichtung geleitet und auf Fahrzeuge über ihr gerichtet oder mit Hilfe der Schwerkraft des Planeten so gekrümmt werden kann, dass Ziele im Orbit des Planeten getroffen werden. Ah ja, okay, jetzt ist klar, wieso hier die ganzen Schiffe runtergehen. Die Energie wird durch die angeschlossene Konsole geleitet, sodass das Gerät bei Bedarf abgeschaltet werden kann. Es läuft derzeit ohne Parameter, was darauf hinweist, dass es jedes Schiff innerhalb seiner Reichweite ins Visier nehmen wird. Wenn ich da jetzt draufdrücke und das schaltet das ab, dann hätte ich das wirklich machen sollen, bevor die Sunburn landet. Öh. Okay. Hi. Nein! Ouch. The control panel is broadcasting a message. Translation reads warning infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Okay. Das heißt, ich muss diese Bakterie loswerden, die in meinem Körper ist. Translating background broadcast. Downloading something to databank. Standorte der fremden Einrichtungen Aufgezeichnete Hintergrunddaten zu weiteren fremden Einrichtungen anderswo auf dem Planeten Seuchenforschungseinrichtung, tiefe 800 Meter, Standort Höhlensystem mit beträchtlichem Fossilvorkommen südwestlich der Vollstreckungsplattform Funktion Untersuchung lebender Exemplare Auftrag Synthese eines Gegenmittels für das hochinfektiöse Bakterium mit der Bezeichnung CARA Wärme, jetzt weiß ich wenigstens mit, was ich infiziert bin Wärmekraftwerk, tiefe 1200 Meter Standort innerhalb einer ausgedehnten natürlichen Felsformation in einem Gebiet mit starker vulkanischer Aktivität Funktion Energieerzeugung für alle örtlichen Einrichtungen Reservat A Datenunbrauchbar Reservat B Datenunbrauchbar Außenlabor Datenunbrauchbar Hauptsicherungseinrichtung Datenunbrauchbar Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäne-Verfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet Die Quarantäne-Vollstreckungsplattform wird alle ankommenden und abfliegenden Raumschiffe anvisieren, um die Ausbreitung der Infektion außerhalb dieser Welt zu verhindern Okay, das ist ein Schutzmechanismus Interessant Okay, also ich bin infiziert So viel steht mal fest Das heißt, ich kann jetzt aber zurückgehen Und diese Würfel einsammeln Yay So, fein Weltenzerstörer Weltenzerstörer Sonst geht's noch Liebe Rasse hier, ja So Dich nehme ich jetzt mit Schwupp, schwupp Okay Da hinten war ja keiner mehr Da war nur noch dieses Tor Hier ist die Waffe Da oben ist der Würfel Gut, merken wir uns das Und laufen wir zurück Hier Ist noch eine Steuerung Wahrscheinlich wird das Kraftfeld da unten Aber das war ja schon aus Und hier, das haben wir Ah ne, hier das haben wir eingesetzt Ne, um das hier Das Kraftfeld hier Ah, ich darf wieder nach oben Sehr schön Das ist schon cool gemacht Wie er mich auch immer absetzt Richtig gut So Nehmen wir den Würfel mit Und den letzten auch noch So, die Frage ist, ob es hier hinter Weiter geht Ob das Türen sind oder nicht Ich bin richtig, richtig, richtig Ich bin richtig gespannt Ich hoffe, die Sonne geht gerade auf Und nicht unter Ja, es scheint aber so Sehr gut So Was habe ich jetzt gerade hier gelesen In südwestlicher Richtung, ne? Translating Da Seuchenforschungseinrichtungen Höhlensystem mit beträchtlichem Fossilvorkommen Südwestlich der Vollstreckungsplattform Alles klar Wo ist Südwesten? Da 800 Meter südwestlich In einem Höhlensystem Gut Das Ei muss ich gleich wieder einsammeln Ich wollte das hier nur ein bisschen essen Ich bin So, 100. Wunderbar. Das eine nehme ich wieder mit. Äh. Okay. Was haben wir denn hier noch? Lithium. Ich hab Lithium gefunden. Ich muss ein paar Sachen loswerden. Ey, lass mich in Ruhe. Dämliches Mistvieh. Boah, du Scheißvieh, ey. Kackvieh. So. Ich werde nochmal ein paar Dinge los. Und zwar nochmal dieses Kreaturenei. Salz und Titan. Das lasse ich jetzt alles hier liegen. Direkt vor dem Höhleneingang. Um noch ein bisschen Lithium einzusammeln hier. Das war es hier hinten schon. Schade, ich dachte, hier gibt es noch mehr. Vielleicht gibt es hier noch mehr. Gold. Nett. Wow. Blaupalme. Die Blaupalme ist eine einfache Pflanze, die in seichterem Wasser mit viel Sonnenlicht wächst. Lange Palmwedel fangen das Licht ab, bevor es die kleinen Pflanzen auf dem Meeresboden erreichen kann. Höhlenbusch. Ja, wie Sonnenlicht hier drin. Ich bin in einer Höhle. Eine violette leuchtende Pflanzenart, die sehr gut auf hartem Untergrund ohne Sonnenlicht wächst. Düsse widerspricht sich ja ganz gut gerade, ne? Boah, die Stalaktiten, ey, geil. Ich gehe erstmal ganz kurz hier nach oben nochmal, um zu gucken, ob wir hier was verpasst haben. Und ansonsten... Hier sind wir reingekommen, ne? Hier sind wir reingekommen. Erstmal gerade hier hinten nochmal raus, um zu gucken, ob ich hier noch weiterkomme. Oder sind wir hier reingekommen? Hier sind wir reingekommen. Okay. Hä? 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 Hatte ich nicht gerade noch einen zweiten Ausgang gesehen? Hä? Bin ich jetzt blind? Oder dachte ich einfach nur, dass da ein Ausgang wäre? Dann habe ich es mir wohl nur eingebildet. Dann gibt es jetzt eine Abenteuerung. Dann gibt es direkt die aussage, aber nicht nur eine Ausgangsfälte- Dann geht es nicht blind. Also muss ich sagen, was du mal mit ein Ausgang abonnierst, Dann gehen wir weiter. Ein geputetes Ampferblatt. Was zum Fick? Wie tief ist denn das hier? Scheiße, ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Hier geht es wieder hoch. Okay, cool. Da unten war noch was Cooles. Das will ich noch scannen. Und ich will zurück in diese Höhle. Das ist ja mal völlig geil. Boah, freue ich mich, wenn wir diesen Beschleuniger haben. Guck mal, wie tief das daneben auch noch runter geht. Wie krass. Was zum Fick? Das ist mega spannend hier gerade. Schade, es ist diese Krake weg, die wir eben hier gesehen haben. Da ist sie wieder. Hallo, Medusa. Oh, du siehst fies aus. Wow. Cool. Ich will hier weg. Wow. Autsch. Lass mich gehen. Okay. Uncool. Hä, 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 hä. Wow. Kommt ich mir jetzt hinterher, oder was? Ich will hier weg. Oh, ich hab Känsehaut. Oh, fahr. Ich wollte das doch einfach nur scannen, das Vieh. Ah, shit. Jetzt hab ich mich verschwommen. Scheiße. Ah, hier schon mal? Komm ich hier raus? Nein. Da komm ich raus. Bitte, bitte, lass mich da rauskommen. Oh, oh. 30 Sekunden. Lass mich hier rauskommen. Bitte, bitte, bitte. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Oxygen. Hui. Also, das Höhensystem ist schon krass. Ich weiß nicht, ob da unten noch was ist. Ich hab ja noch diesen Pathfinder auch, ne? Aber ich will auch so langsam mal wieder zurück. So. Gut. Jetzt werde ich mir definitiv nochmal ein Scheibchen hier von diesem Bäumchen abschneiden. Ah, Mann. Jetzt muss ich das alles wieder ablegen hier. So. Okie dokie. So. Höhlensystem. Im Südwesten. 400 Meter. Vor dieser Insel. Here we go. Boah, ich hoffe jetzt einfach mit dem Lithium und dem ganzen Zeug, was wir hier gefunden haben, können wir uns richtig schön was herstellen. Meint der vielleicht schon hier unten? Aber ich will hier noch gar nicht gucken. Ich will hier noch gar nicht gucken. Ganz ehrlich. Was war das? Ja, oder was? Das ist nur ein Schrott. Ich weiß halt nicht, ob du 800 Meter wirklich ohne Hilfsmittel schaffst. 800 Meter tief? Nein, das wurde doch gar nicht gesagt. Nee, 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 nee. Das wurde nicht gesagt. Die Dinger will ich auf jeden Fall mal scannen hier. Was das wieder für Teile sind. Uralter Schweber. Biodaten zeigen, dass diese riesige Schweber dank einer raffinierten Symbiose mit dem Land, an dem sie haften, so alt geworden sind. Die anhaftende Landmasse wird im Wasser angehoben, wodurch das Sonnenlicht zunimmt. Was kommt da auf mich zu? Nein. Ich wollte doch nur lesen. Lese ich später noch. Was haben wir hier noch für Dinger? Die darf ich nicht scannen. Schade. Okay. Das ist tief hier. I see, I see. Aber ich schwimm mal nur hier rein. Oh, was ist da denn? Braune Röhrenkoralle. Die genetische Ähnlichkeit mit den Riesenröhrenkorallen, die anderswo vorkommen, weist auf eine Auseinanderentwicklung vor ungefähr 100.000 Jahren hin, wobei diese Unterart wesentlich kalziumärmer wurde und sich darauf spezialisiert hat, in kleineren, dichteren Kolonien in größeren Tiefen zu wachsen. Keine praktische Anwendung gefunden. Lithium. Lithium. Sehr lithiumreiches Gebiet hier. Oh nein, da ist wieder so ein Vieh. Ich schwimme mal noch ein bisschen geradeaus, bevor ich nach oben steige. So, was ist das da unten? Das will ich noch wissen. Es ist schon wieder nacht. Oh, das sind wieder Eier. Die sind überall noch Eier. Sehr, sehr spannendes Gebiet hier. Ich will erst mal gerade zurück. Und ich glaube, ich mache dann auch mal eine Pause, ihr Lieben. Ach, das stand im Text. Ich habe nur gedacht, dass es irgendwie 400 Meter vor der Küste ist, aber das habe ich mir behalten. Aber dass es 800 Meter tief ist, das habe ich mir nicht behalten. was bist denn du? Enzym tragen, der Glupscher. Da wollte ich hin. Das ist wieder nur so ein Gehirn-Ding, okay. Aber ich habe doch hier gerade irgendwo noch ein... Da, den, den hatte ich gesehen. Genau. Habe ich ja eh schon. Aber da unten will ich auf jeden Fall mal eine Riesen-Tunnel. Ach, das ist wieder eine Röbung-Koralle. Wie geil. Die ist ja mal riesig. Boah. Richtig cool. Kreaturen-Ei. Yeah. Cool. Sieht ganz schön cool aus bei Nacht. Subnautica macht auch im VR mega Spaß. Das glaube ich total gerne. Das ist ja prädestiniert für VR. Auch wenn man da wahrscheinlich noch weniger aufhören kann. Ich meine, ich finde es jetzt schon ultra krass. Das macht ja hart süchtig, das Spiel. Voll geil. Weil man will immer noch so die nächste Ecke noch hier kurz erforschen, da kurz erforschen. Das ist richtig, richtig gemein. Seegleiterfragment. Aber den haben wir ja auch schon. Wir kommen zurück zu unserer Basis. Das sieht so cool aus. Das darf nicht wahr sein. Ich wollte gerade ein Medi-Pack nehmen. Sag mir nicht, ich habe jetzt noch... Oh, zum Glück sind die Ion-Dinger noch da. Aber ich hatte noch so viel tolles Zeug gesammelt. So, wie stelle ich denn so eine Energiezelle her? Batterien kann ich herstellen, aber eine Energiezelle? Ach, scheiße. Scheiße. Ey, man stirbt echt immer in den fiesesten Momenten, ne? Seegleiter, Schmierstoff, Kupferdraht, Titan. Kupferdraht. Taktan. Ich habe keinen Schmierstoff mehr. Wie kann ich den denn nochmal herstellen? Ich glaube, mit so einem Dingsi, ne? Ja, mit so einem Samenbüschel. Zack. So, Schmierstoff. Ja, man kann das Zeug wieder einsammeln. Stimmt, ich war ja gar nicht so weit weg von hier, ne? Ich bin nämlich, glaube ich, nochmal raus. Ich habe so Gänsehaut gerade. Oh fuck, jetzt jagen die mich. Oh nein. Oh krass. So, Geräte. Das heißt, das kann ich hier jetzt herstellen, ja? Wunderbar. Endlich. Nice. Nice. So, ich gehe das jetzt wieder einsammeln. Boah, scheiße. Der ist ja riesengroß. Kann man ja noch weniger einsammeln. Das ist ja mega fies. Nein, den will ich ja mitnehmen. Wolle ich gerade nur essen. Zack, zack, zack. Wunderbar. So, aber wo man gestorben ist, das, äh... Hä? Ah.